Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Seht ihr diese OP-Maske, die ich auf habe? Diese OP-Maske habe ich jetzt schon seit vier Wochen als einzige Maske benutzt. Und so sieht diese schöne OP-Maske aus. So, das ist die Vorderseite. und das hier ist die Rückseite. In der Zwischenzeit habe ich die gar nicht gewaschen. So, das wollte ich euch einmal gezeigt haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.